Hallöle und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Layers of Fear. Letztes Mal haben wir so einen kleinen Fisch hier gemalt. Und ich würde mal sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen einfach weiter. Ha! Da. Unsere Frau. Okay. Komm, wir gucken jetzt. Achtung. Ich hätte die sehen können, wenn ich mich von Anfang an dahin gedreht hätte, aber ich habe mal den Hinweis jetzt angenommen und habe es jetzt wirklich ignoriert. Oh nein, guck mal, so ein Kinderzimmer. Oh. Ist offen. Eigoistisch. Ich will eifersichtig sagen. Und im Dillen. Äh. Oh. 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 Es brennt Gerade noch so eine Zeisirene gehört, das Auge hat so ein Tony sustainable Hallo Oh, der fünfte Geburtstag. Der fünfte Geburtstag, der fünfte Geburtstag, der fünfte Geburtstag. Was ist das denn? Das sah jetzt gerade sehr merkwürdig aus. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber... Hab ich gesagt, dass das hier aussieht. Was weiß ich? Kinder in einer Ehe, Eheratgeber. Erwarte das Unerwartete. Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind entwarfen. Ja, die entwarfen ihr Kind und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen sie jetzt und erhalten sie einen Gratissatz. Kindern motivierende Aufzeichnungen stark genug, wenn ihr Volume einsetzt. Die entwarfen. Der war los. Oh, guck mal, da ist die schwangere Mutti. Oh, oh. Oh, alles klar. Im BH. La, la, la. Der BH ist... La, was ist das jetzt hier? Ach, das ist eine Schleife. Oh, das sieht aber ein bisschen anders. Das müsst ihr sagen, Leute. Das müsst ihr zu. Zalvena, wie geht's? Ihr seid gegrüßt, mein Freund. Oh, das ist ein Wind. Oh. 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 Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Oh. Klebt ein bisschen auf Blut an. Ich muss... Warte, was ist das denn für eine Schrift? Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhaufen. Bloß, weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Wir brauchen einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Das ist die... Oh, die Mutter hat auch schon so zitternde Hände, ne? Oder Schizophrenie oder was die da hat. Oh. Alles klar. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellenhaare. Nicht meins. Wo ist die Schere? Oh. Vierlich blond, oder? Tschüss. Hier oder was? Oh. Herzbeben. Lachen. Was ist das denn? Na, guck mal. Das war ein Schachstein. Es fehlen aber noch welche. Ah. Dann suchen wir sie mal. Oh Mann. Noch einer? Nee. Och Mann. Ich hab gerade aufgeräumt. Mann. Tsch. Jetzt ist unsere Alte wieder da. Weißt du, Ische, mach dich vom Acker jetzt hier. Komm. Zisch ab. Vergebt trotzdem weg. Möchte dich nicht sehen, Kind. Am Smaragdgrünbach, nahe dem Blaubeerstrauch. Da lebte eine Ente. Ein Frieden war sie auch. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln. Bis die Herzen heraus und fraßlich waren mit. Ich fand die Geschichte schön. Bis den Schluss. Den fand ich jetzt nicht mehr. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Sie hat uns getötet. Sie hat uns getötet. Hat die uns getötet, die Sau? Kleine Pistenelke. Kleine Pistenelke, wollte ich sagen. Alles klar, dann muss ich aber los. Lief mir lohnt, du doofe Kuh. Also wir müssen von unserer Frau wirklich fernhalten. Dann verpasse ich auch lieber was. Das ist aber gefährlich. Oh. Wahrscheinlich. Hahaha. Grüß dich. Halalalala. Bald ist Hausabend. Ja, nicht gestört oder so. Habt ihr das gehört? Da war ein kleines Kind. Ich hasse kleine Kinder im Spiel. Iiiiiiii. Kleine Kinder sind eklig. Geh weg. Ich hasse dich. Ich hasse kleine Kinder. Ich hasse dich. Uppen hasse dich auch. Wo kommst du? Kommt ihr alle her? Bist du da runtergefallen? Wo kommst du her? Geh doch mal bitte weg. Hö. Geh weg. Was hast du denn für Anfälle? Epileppi, trotzdem Epi oder was ist hier los? Ich töte dich. Hör auf. Sie lebt auf mich zu. Was kommt? Hör auf dich zu drehen. Ich seh ja noch nicht mal wat. Muss ich nennen? Hier ist ja kein Weg irgendwo raus. Hier, geh mal weg. Keine Nuss. Au. Weißt du, will mir Angst machen, aber läuft gegen die Wand die dumme Nuss. Wie geil. Weißt du, fängt an zu heulen. Ich bin voll mit dem Kopf dagegen. Was ist denn? Ist ja schon peinlich. Oh, ist jetzt mal gut mit der Gänge hier. Was ist denn los? Wie ist denn der Rotz? Oh. Komm, gehen wir mal weiter hier. War auf jeden Fall geil. Schon wieder, ey. Was ist denn mit dir, du dumme Nuss? Läuft dir einfach. Die Birne, ey. Oh. So. Äh. Wohin. Befolgen wir mal. Kannst du mal aufhören zu heulen? Geh da nicht, halt. Jetzt. Jetzt. Bist du hohl, ey. Richtig hohle Nuss. Hi. Wie süß, ey. Wie kann man so hohl sein? Oh. Bin's ernst? Satan, oder wat? Bist du so eine Frau, oder? Nee. Was war das denn? Ich hab ein grün-rotem Bildschirm, das flackert gerade. Was war das denn ekliges jetzt hier wieder? Weg mit der Fischer. Bah. Siehst du ja aus wie ein Stück Kot, oder so. Oh. Hier geht's doch immer was zusammen, wenn ich das höre, oder nicht? Oh, yo. Oh, das ist die coole Puppe. Oh, 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 oh. I'm sorry, Prinzess. No, 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 no. Don't cry. We'll get you a new one. Or better yet. Daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Oh. Juhu, ich freu mich. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you, it was you he really lusted for. Also, da geh ich nicht hin. Da bin ich, glaub ich, wieder umgebracht von meiner Frau. Verrückt. Ja, gib auf, wie immer. Halleluja. Oh, ein kleines Kind. Oh, das sieht voll schön aus. Es fehlt wahrscheinlich dieser Schlüssel zum Aufziehen. Oh. Also, lauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Also, ich könnte mal irgendein fröhlicheres Lied. Hänschen klein. Ging allein. Ach, guck mal, zum Aufziehen hab ich das Ding gefunden. Ach, voll das schöne, helle Zimmer. Das muss ich ja mal sagen. Das Zimmer gefällt mir hier, ne? Oh. 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 Okay. Ähm. Ähm. Es wird grad ein bisschen bedrohlicher. Ähm. Upp hat wieder einen Anfall da unten. Äh. Sorry. Äh. Äh. Nein. Still, kleine Schätzchen. Die Nacht ist kahl. Was zur Hölle? Sterne erlöschen. Es dunkelt auf einmal. Oh, da springt ein Blech in die Fresse. Das ist ein VR. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Oh mein Gott. Nun ist sie nirgends. Nicht finden kannst sie du. Ah. Alles klar. Das war eine spezielle Brush. Wie ein Horsehair Brush, aber anders. At that point, ich hesitated. Will das wirklich funktionieren? Fuck es. Ich war bereits halfway durch. Und besides, es ist nicht so, dass ich einfach alles zurückkehren kann. Und vergessen die ganze Sache. Ich bin mal kaputt hier. So, tschüss. Alf und so. Oh, was geht hier langsam? Da wird auch immer ein bisschen gestörter alles hier, ne? Hat das nicht gerade anders aus? Ist ja doch wohl anders aus, oder nicht? Warte mal. Oh, oh. Oh, oh. Ist ein Körper. Also hier ist der Kopf. Das Auge. Ein Zerfleischstein. Kann ich vorher mal pieken? So langsam nichts mehr zu sagen, ne? Das ist einfach nur eklig. Aber ich würde die Folge jetzt beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal beim gestörten Layers of 4. Bis dahin. Tschüss.